Yo, ich lade gerade mein Kommentarvideo zu Anpaluten hier hoch. Hier sieht man auch die anderen Videos, die ich gemacht habe. Grillwurst, Fußballtrikot gekauft. Leider habe ich öfters technische Probleme. Nicht so ausgestattet wie Paluten bin. Handy, kein Internet. Nach der Pokémon-Jagd. Hier habe ich ein Video, das habe ich jetzt auf Privat gemacht, weil es eigentlich nur drei Personen angeht. Dann hier Topware, das Video. Mini-Fußballzocken. Rapid Vienna, das war der Ausflug nach Hütteldorf. Ankunft Weststadion. Guten Morgen Info. Man sieht hier auch die Aufrufe. Neun Aufrufe hier bei Guten Morgen Info vor einer Woche. Dann ein paar Pokémon-Videos habe ich hier auch jede Menge schon gemacht. Home-SKP-Strapezieren. Drei Aufrufe. Ja, es sind schon ein paar Aufrufe. Ein paar Leute haben sich schon die Videos angeschaut. Auch Trainzocken. Auch ein sehr tolles Spiel. Hier die meisten Aufrufe hier beim Video Guten Morgen. 327 Aufrufe. Das ist schon ganz schön viel, wenn man sich die anderen Aufrufe anschaut. 327 Mal Menschen haben das Video schon gesehen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wie viel noch sich das Video anschauen werden. Ja, das sind schon ein paar Videos, die ich gemacht habe. Ich koche auch sehr gerne, weil, wie man sieht, Spiegeleier. Auch das Video Süßes oder Saueres hat schon 205 Aufrufe. Ja, und auch das Video zu meinem Info-Video hier. 190 Aufrufe. Ja, es sind schon ganz schön viele Aufrufe. Gespannt, wie das hier weitergeht. Hier mit meinen Videos. Ja, wenn es euch gefällt, bitte schaut euch die Videos an. Drückt Gefällt mir und wir sehen uns wieder. Gut, Tschüss. 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 Vielen Dank.